Nein, ich werde sterben. Ich weiß ja auch nicht, wie man die zurückführt. Du lebst wieder. Du lebst immer noch und du wirst Granaten. Einer zerwischt! Sowjetische Truppen! Hitte uns! Feindliche Infanterie! Achtet ihr den Schuss! Sowjetische Truppen! Mann am Boden! Schäfer! Braucht dich auf den Knackler! Sowjetische Truppen! Enemy Infanterie! Hide that final wrap-up! Another left flank! Enemy down! Sperrfire! Die Spreeds! We'll throw you out in the spring! Beleid! Stay close to me! Throw da marine inجt! Offensefire! Pff! Ach! Verdammt! Oh! müssen jetzt hin schlecht da muss ich wieder hochlaufen muss ich sagen auch der Stich auch der Stich verste ich mich Die Begegnung beim Nachhaken! Es sind die Germans! Near the Se- Die Begegnung beim Nachhaken! Die Begegnung beim Nachhaken! Ich habe die Begegnung beim Nachhaken! Kommen! Find some Kommen! Ich habe einen! Ich habe einen! Hier ist auch niemand mehr. Und ich würde sagen... Oh! Okay, da war eine Mauer. Runter! 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 I'm with you! Renata! Take cover! Sonny, take down! Runter! Runter! Erstmal, dass man so eine Attacke einsetzt. Ist glaub ich immer die Beste. So! Weiterlauf! Oh! Schlecht so! Oh! Steck dir das an die Mütze! Potato Marshall! Run! Fieber! Brauche Entdeckung beim Nachwarn! So, nun ist fertig. Und wir laufen weiter. Das ist immer machbar! Schlecht!" Oh! So, schlecht! Shlecht! H特 noch nie! Sehr schön! Exister! Fand zum Gavarn! Wollt ihr noch mehr davon isstern? In der Nähe des Schutz! Ja, raus! Sick Bombs? We are reading you loud and clear, Comrade Khazlop. Well done! Wait, hold one moment. Hey, Leute! Sie sind weg! Ja! Sie sind weg! Händen die Bastards! Good luck! Sanitäter! Achtung, Kanate! Green Glider! Wo? Wo? Ach so. Schein... ich fang an. Deutsche Qualität. Ja, oder das deutsche Gewehr zum Gewehr. Muss ich echt zerarbeiten. Die Bastards! Die Bastards! Die Bastards! Die Bastards! Die Bastards! Okay... Granate. Das war keine gute Idee. Aber... Okay, das war auch keine gute Idee. Das ist überhaupt keine gute Idee. Das ist überhaupt keine gute Idee. Weg da! Movin! Denken wir nur! Der Statt ist geschockt! Halt dich! Wir haben ihn da! Er braucht Hilfe! Er wurde getroffen! Er wurde getroffen! Was ist denn da noch? Oh! Wer ist denn da noch? Oh! Steck dir das in die Mitte! Auf mal! So! Ja! Double! Auf mal! Auf mal! Auf mal! Auf mal! Entfernt! Der Kier! Er ist tot! Auf mal! Auf mal! Auf mal! Okay, ich muss euch jetzt nicht tatsächlich da runter und das Ding festmachen. Scheiße. Ja, natürlich. Okay. Ahh. Thank you. Ach. Dann laufen die mal! Oh! Uuuuh! Gut! Ha! Super! So, und... Stand back! Stand back! Stand back! Gott! Ich hab einen! Ich hab einen! Der alte Vorsitzende, Stalin, der wünscht sich, diese Krieg für seinen eigenen Vorteil! Er ist so schlecht, dass er seine Royalty hat! Alexei, schau mal! Schau mal, schau mal! Es sind die Deutschen! Auf der ersten Seite der Weltbattlern! Er ist die Weltposition! Okay, hier kommen wir nicht hoch! Bethlehem! Zirbel Troops! Zeige den Kriegs! Come on! Take them out! Daiwe! Daiwe! Zirbel! Grinli! Take cover! Oh man! Look at that! TPUP-NARCH-LABEN! Ha! Gah! 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 Nein! Okay, ich stehe hier mitten in der Schuss. Ah! Okay. Scheiße! Hey! Komm raus! Wieso habe ich jetzt ne... Wo ist meine... Da ist sie! Gewehr 340 heißt das übrigens. Sehr zu empfehlen. Natürlich sollte man dann keine irgendwie schießen können. Weiß. Ecke! Sie. Was drin ist Geht wieder Geht mir! Geht weg von mir! Was weiter geht oder etwa nicht oder keine Ahnung! Also tschüss zusammen!